Hallo zur zweiten Folge meiner Gold Challenge bis zum Pre-Patch. Ihr seht, zweite Folge drei Wochen her. Wie schon erwähnt, das Hauptproblem von mir ist die Spielzeit oder die Zeit dafür und das hat sich auch in dieser Challenge bis jetzt gezeigt. Die 5 Millionen sind noch weit weg. Wir werden kurz in die Tabelle dann reinschauen, wie es bei mir ausschaut. Und zwar der Start war mit 2,6 Millionen, wie es jeder mitbekommen hat. Dann nach einer Woche war es 3,7. Dann war die Bannwelle von Blizzard gegen die Gullywix-Boosting-Gruppe. Da sind einige Leute nervös geworden und haben ihr ganzes Gold in WRW-Marken getauscht. Die Marke ist auf 200.000 Gold gesprungen und am nächsten Tag ist sie dann auf 146.000, glaube ich, abgestürzt und da habe ich sie dann ein Jahr WRW-Marken eingekauft, also zwölf Spielzeiten und mit dem Gold, weshalb dann der Preis auf 1,8 Millionen wieder abgestürzt ist. Jetzt, Woche später dann wieder ein Plus von 800.000 auf 2,6 Millionen und das heißt die Hälfte für die 5 Millionen. Das Video ist am 13. August 2020 aufgenommen worden und vor zwei Tagen ist der PTR mit dem Pre-Patch live gegangen. Man kann sagen, nach vier bis acht Wochen, meistens sechs Wochen, geht der, wenn der Pre-Patch am PTR ist, dann dauert es ungefähr vier bis acht Wochen, bis es auf den Live-Server kommt. Gehen wir mal davon aus, dann wäre es Ende September, Anfang Oktober. Gehen wir davon aus, sechs Wochen, das heißt 2,6 Millionen in sechs Wochen oder 2,4 bei mir. 2,4 durch sechs sind 400.000. Mathe 1 plus sind 400.000 Gold pro Woche, die jetzt verdient werden müssen, damit es sich ausgeht. Für mich persönlich bin ich ziemlich optimistisch, das geht sich garantiert aus. Meine Hauptgoldquelle ist bis dato Flall immer noch und zwar mit 400er Items, mit Berufe. Ich mache das meiste Gold im Solo-Bereich. Ich habe auch, also bei dem Gold, was dort zusammengekommen ist, schon Multibox auch am Laufen gehabt, für gistvernäbeltes Leinen, Tiefsee und Rohgold. Ich würde aber sagen, das macht ungefähr 20 Prozent aus, denn in den letzten paar Wochen jetzt komme ich vielleicht in der Woche auf aktive Farmzeit, Spielzeit von zehn Stunden pro Woche und da bin ich mit 80.000 Gold pro Stunde, wenn man so rechnet, eigentlich zufrieden. Wir gehen jetzt mal kurz das Thema darauf ein. Ich will niemanden die Illusion nehmen, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen. Wir haben sechs Wochen noch Zeit. Ich habe im Stream immer wieder Leute, die kommen und sagen, ich habe jetzt 100.000 Gold, ich würde noch gerne den Pronto bis zum Pre-Patch kriegen. Ja, da muss man fast realistisch sein. Es wird sich nicht ausgehen. Denn wir können mal ein paar Rechenbeispiele durchgehen und zwar 5 Millionen Gold. Wenn wir jetzt nur Rohgold farmen in der oberen Schwarzfestspitze mit 7.000 Gold die Stunde, sind es 714 Stunden, reine Farmzeit. Gehen wir davon aus, es ist jemand richtig am Eskalieren und farmt zwölf Stunden, jeden Tag zwölf Stunden, dann sind es 60 Tage, bis er nur mit Rohgold farmen die 5 Millionen hat. Also 60 Tage ist mehr wie sechs Wochen. Das heißt, es wird einfach knapp werden. Wenn wir jetzt hergehen, wir haben jetzt mit 7.000 gerechnet. Sagen wir mal, jetzt macht jemand mit Kirschnern, Bergbau, Kräuterkunde, kommt auf 15.000 Gold die Stunde, dann sind es 15.000 Gold. Mit reinem Farm sind es 333 Stunden und der farmt jeden Tag am Abend. Realistisch bleiben, drei Stunden. Es sind es 111 Tage, wenn er jeden Tag am Abend drei Stunden ab heute farmt. Und mal ehrlich, viele von uns haben am Abend nur zwei, drei Stunden. Und wenn man nur mit 10.000, 20.000 Gold die Stunde rechnet, dann ist es einfach nicht zeitlich möglich, das noch bis zum Pre-Patch zu kriegen. Gebt aber trotzdem nicht auf. Ich freue mich, wenn Leute jetzt vielleicht in die Kommentare schreiben, ich bin dran, es fängt ja nicht jeder bei 0 Gold gerade an. Die meisten haben schon vielleicht 5, schon 4 Millionen, 3 Millionen. Das heißt, das Ziel ist schon noch greifbar. Bei mir ist es so, dass ich weggehe von dem ganzen Farmberuf, von Farmen, sondern wirklich in Berufe. Nur da kann ich als Solospieler das Gold steigern, indem ich in Berufe einsteige, verzauberte Elemente, die umbauen, herstelle, zack, nächsten Tag verkauft, für das 3-, 4-fach von der Herstellung und so weiter. Da kann man als Solospieler den Gewinn rausholen. In dem Video soll es aber auch um eine Goldkirle gehen, und zwar, wir gehen unter Goldguides, Gold durch Itemruns, und zwar Jäger der Knochen. Die Zügel des knochenweißen Ur-Raptors. Gerade jetzt, um diese Zeit, Reittiere verkaufen sich immer. Also mit Reittiere hat man eigentlich nie Probleme, die zu verkaufen. Und die, zum Beispiel, heute geht es um den wilden, um diesen, um den Zügel, um die Zügel des knochenweißen Ur-Raptors. Dieses Reittier ist kein BOE-Mount, sondern ist ein Währungs-Mount. Das heißt, man muss riesige Dinosaurier-Knochen einlösen und kriegt dann das Mount. Wir gehen aber jetzt Schritt für Schritt durch. Und zwar auf der Insel der Riesen in Bandaria, oberhalb der Kunlai-Gipfel, man fliegt einfach vom Kunlai-Gipfel da auf die Insel, stehen überall solche Dinosaurier. Und diese Dinosaurier, ob ihr seht, riesige Dinosaurier-Knochen. Für ein Reittier benötigt man 9999 Knochen. Und diese kann man dann in dieser Höhle, ist auch bei mir auf der Seite zu sehen. Warte, wir gehen kurz auf die Seite. Un momento. Ja, da sieht man sie nicht unbedingt auf der Seite. Ich zeige es euch da im Video. Da gibt es nur eine Höhle. Da reinlaufen. Zu Kuma, der Knochensammler. Da steht da. Dem gibt man dann bei der Quest, die letzte Quest, ein Berg, riesiger Dinosaurier-Knochen, 9999 Knochen. Dann gibt der dir das Reittier. Und wichtig, das Reittier ist gebunden. Das heißt, nicht als Verkäufer die Knochen einlösen, sondern dem Käufer, derjenige, der euch das Mount abkaufen will, geben. Wie verkaufe ich das Reittier? Ich mache eigentlich immer Werbung im Zweier. Schreibe rein, verkaufe urweißen Raptor für 30.000 Gold. Je nachdem, was halt der Preis der Knochen ist. Man kann nicht hergehen und sagen, verkaufe 30.000 Gold und die Knochen sind im Auktionshaus für für gesamt 10.000 Gold. Der eine oder andere wird drauf reinfallen, aber eher mehr Flame im Zweier, anstatt dass es erfolgreich über die Bühne geht. Meldet sich dann jemand ein Käufer bei mir? Ich mache es meistens so, ich fliege mit dem einfach dorthin, gehe in die Höhle rein, gebe ihm die Knochen, zeige ihm, gibt die Quest dort ab. Der kriegt das Reittier. Also vorher kriege ich natürlich das Gold, wenn ich ihm die Knochen gebe. Und alle sind happy. Andere gibt es, die verkaufen einfach die Knochen im Zweier oder geben dem und sagen, fliege da selbst hin und löse es ein. Da sind viele Leute skeptisch, weil die kaufen einfach Knochen ab, weiße Knochen, geben demjenigen 30.000 Gold und denken, dass sie über den Tisch gezogen werden mit irgendwelchen Items. Also da ist viele Spieler, sind da Vertrauen da, einander leider nicht mehr. Verständlich. Ich kann da tausend Berichte davon oder tausend Sachen darüber erzählen, wenn Leute über den Tisch gezogen werden, was schiefgehen kann. Ich bin selbst so ein x-mal über den Tisch gezogen worden. Also Vertrauen in WoW ist leider grundlegend. Auch bei mir gar keins vorhanden, wenn ich den nicht persönlich kenne. Zu den Knochen an sich. Verkaufen kann man die auch im Aktionshaus wieder reingehen. Und zwar sind jetzt gerade über 80.000 Knochen drinnen. Der billigste ist für 1 Gold 83. Jetzt kann man hergehen und sagen, ich kaufe alle Knochen auf. Es wären dann 8 Reittiere und verkauft, stell dann die Knochen für 5 Gold rein. Kann man machen, man kann den Markt resetten. Ich würde es aber empfehlen, wirklich nur sonntags zu machen und dann muss man dranbleiben. Weil wenn dann jemand sieht, okay, die Knochen sind jetzt auf 5 Gold, dann gehen die Farmen und unterbieten euch wieder und ihr sitzt auf 8 Reittiere. Und im schlimmsten Fall geht der Preis unter die 2 Gold, wo ihr es eingekauft habt. Also da vorsichtig sein. Man kann den Markt zurücksetzen. Man kann dann am Sonntag, speziell Samstag, Sonntag die Reittiere verkaufen für 40.000, 50.000 Gold und hoffen, dass man dann am Ende mit Gewinn aussteigt. Oder ihr geht her und stellt die Knochen einfach für 1 Gold 83 rein. Man kann sagen, in der Stunde, wenn die Insel leer ist, also wenn kein anderer Spieler da ist, schafft man in der Stunde ungefähr 6.000 bis 7.000 Knochen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die in einer Stunde 10.000 Knochen gefarmt haben. Ich zähle da nicht dazu. Aber ich sage mal, 1,5 Stunden dürfte ein Dinosaurier fertig sein. Gehen wir von 30.000 Gold aus, dann sind es 20.000 Gold die Stunde. Bei 50.000 natürlich schon um einiges besser. Also es liegt bei euch, wie ihr euren Server im Griff habt, wie ihr den kontrollieren könnt. Was man noch kann, ist auch diese Dinosaurier kirschnern. Und zwar geben die exotisches Leder. Ist auch ein bisschen was wert. 1 Gold 68. Das heißt, ihr könnt auch alles mit kirschnern. Lohnt sich auch. Ist auch nochmal ein angenehmes Gold. Was noch auf der Insel droppt, ist Transmog. Das sind einige Transmog-Items, zum Beispiel der Voodoo-Bogen. Und noch 2-3 Items, die über 10.000 Gold wert sind. Über die soll es aber jetzt nicht gehen. Wichtig ist jetzt Reittiere. Reittiere gehen das ganze Jahr. Das heißt so und zu jedem Zeitpunkt. Ihr könnt ja mal probieren. Vielleicht bei mir schaut das Ganze so aus. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr gemacht. Wir schauen kurz bei mir in Ledger rein. Moment, wenn ich es finde. Da. Ledger. Einnahmen. Dinosaurier. Ja. Dinosaurierknochen. Ihr seht, das ist schon länger her. 83. Ich habe mal eine Zeit gehabt. Da habe ich einiges verkauft. Auch über das Auktionshaus. Also man kann die auch über das Auktionshaus reinstellen. Viele Leute resetten dann den Preis. Das heißt, wenn jetzt so wie jetzt kann es sein, dass am Sonntag jemand hergelt. Ihr habt die drin für 2 Gold. Resettet alles, weil er die für 5 Gold verkaufen will. Und so weiter. Verkauft habe ich jetzt 60.000. In den letzten 30 Tagen 2 Mounts. Ich muss sagen, ich bin aber 0 dahinter. Das heißt, da ist wesentlich mehr Potenzial drin. Wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, bis dass ihr den Bronto noch bis zum Pre-Patch schafft. Ansonsten gibt es noch eine Chance bei mir. Und zwar am Wochenende vor dem Pre-Patch verlose ich nochmal 5 Millionen Gold bei mir auf meinem Twitch-Kanal unter allen Zuschauern. Also der letzte Notnagel nochmal vielleicht beim Gewinnspiel abräumen. In dem Sinn wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.